Wir sind losgezogen. Ein paar Jahre lang. Einmal um die Welt. Georgi, Iran, Pakistan, India, China. Durch Wälder, durch Städte, über Ozeane, von Heimat zu Heimat. Alles über Land und Wasser. Wir haben Fantasie mit Erfahrung getauscht. Haben das Unterwegssein zu unserem Alltag gemacht. Wir wollten so weit in den Osten reisen, bis wir irgendwann aus dem Westen wieder nach Hause kommen. Ohne einmal zu fliegen. Dreieinhalb Jahre waren wir unterwegs. Und die Welt, sie ist bunt. Musik 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 Sie sind immer doch weiter, als man denke. Das war's für heute.